In diesem Video möchten wir euch ein paar exotische Silberanlage-Münzen vorstellen. Es sind ein paar Alternativen zu den gängigen Bullion-Münzen, die man sonst so kennt, wenn man in Silber investieren will, also zum Beispiel der Maple Leaf oder der Wiener Philharmonica. Daneben gibt es noch diverse andere Silbermünzen, die man durchaus als Investment nutzen kann und gleichzeitig die spannende Welt der Silbermünzen entdecken kann. Und hier geht es auch gleich schon los mit einer Münze, die in ihrem Erscheinungsjahr in der Fachwelt für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Das ist der tschechische Löwe, eine Einunzen Silbermünze, der mit Tschechien allerdings recht wenig zu tun hat, denn diese Münze wurde tatsächlich in dem Inselstaat Niue hergestellt, heißt aber tschechischer Löwe, und wird als tschechische Bullion-Münze, als Silberunze aus Tschechien vermarktet und recht nah am Silberpreis verkauft. Diese Silberunze hier stammt aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Das hier ist die Fiji-Iguana-Serie, die jedes Jahr einen anderen Leguan zeigt. Sie wird unter der Flagge der Fiji-Inseln hergestellt, wurde 2015 ins Leben gerufen und von der sogenannten Scottsdale Mint, einer privaten Prägestätte hergestellt, die nicht nur Münzen prägt, sondern auch diese innovative Münzverpackung entwickelt hat, die Fälschern das Leben schwer machen soll. Die dritte Münze, die wir für diese kleine Serie ausgewählt haben, ist eine kanadische Münze, die keine Unze auf die Waage bringt, sondern eine Dreiviertelunze. Das hier ist eine Alternative zum Maple Leaf, die Royal Canadian Mint stellt neben dem Maple Leaf diverse andere Silberanlage-Münzen her, unter anderem diese Serie mit Wölfen, die Howling Wolves-Serie, also die heulenden Wölfe. Hier der heulende Wolf vor dem Vollmond, ein wirklich prächtiges Motiv und auch diese Münze sehr nah am Silberspot zu bekommen. Ja, es geht weiter mit Tieren. Die meisten Bullien-Münzen zeigen ja Tiere. Hier sehen wir einen Tuna, die aus der Shark-Serie und wenn man das Ganze hier auch nochmal scharf stellt, sehen wir, diese Münze kommt aus Tokelau, aus einem weiteren Inselstaat, wurde im Jahr 2014 begonnen und läuft bis heute mit großem Erfolg, wird nah am Silberpreis verkauft und ist deswegen eine schöne Alternative für Anleger. Das gleiche gilt für diese Münze hier aus der Republik Somaliland mit einem Nennwert von 1000 Schilling. Auch diese Münze zeigt ein beliebtes Motiv, nämlich die Luna-Serie hier. Das ist das Jahr des Tigers 2010, auch sehr beliebt, nicht nur bei Tiermotiv-Sammlern. Und wie ich gerade eben schon gesagt habe, Luna ist eines der beliebtesten Themen hier, auch auf einer weiteren Bullien-Münze aus Niue. Hier ein wirklich schönes Motiv, teilweise glänzend, teilweise matt, also höchste Prägequalität hier und recht nah am aktuellen Spot zu bekommen. Diese Silberanlage-Münze, die ihr hier seht, ebenfalls wieder aus dem Inselstaat Niue, ist eine Vertreterin aus einer Serie mit diversen Disney-Motiven. Diese Münze wurde in der New Zealand Mint hergestellt, die unter anderem mit Disney zusammenarbeitet. Und hier ist auch schon die nächste Münze von den Cook-Inseln mit dem legendären Schiff der Bounty drauf zu sehen und mit einem sehr hochwertig gestalteten Hintergrund, auch hier wieder umfälschern, das Leben schwer zu machen. Es geht weiter mit Tiermotiven hier. Die Fiji-Taku-Schildkröte, die Karettschildkröte hier mit einer wirklich sehr schönen Darstellung dieses Tieres auf der Silbermünze. Das ist schon eine der älteren Silberanlage-Münzen, die im Jahr 2011 gestartet wurde, hier noch mit dem Motiv der jungen Queen Elizabeth. Die wurde inzwischen angepasst und erfreut sich großer Beliebtheit bei Silberanlegern und bei Freunden von Tiermotiven. Was auch auf diese Bullien-Münze zutrifft, die ihr hier seht, das Känguru ist ja der numismatische Botschafter von Australien, von der Perth Mint vor allem. Diese Münze hier kommt von der anderen australischen Prägestätte, nämlich von der Royal Australian Mint, auch wieder eine Unze Silber. Und das war eine kleine Auswahl. Es waren nur zehn Beispiele. Es hätte noch viel mehr Beispiele gegeben hier für exotische Silberanlage-Münzen. Und so ist dieses Video auch eine Einladung, dieses spannende Sammelgebiet zu entdecken und sich auch mal neben den üblichen Bullien-Verdächtigen ein paar exotische Bullien-Münzen in den Tresor zu legen. Untertitelung des ZDF, 2020